Hallo, I'm in Staud. Heute mal wieder mit einem Photoshop für Nerds Tutorial. Und immer wenn da Nerds hinten dran steht, dann wisst ihr ja, dass es schon ein bisschen komplizierter wird. Also lieber Anfänger, zieht euch das rein. Aber ihr könnt das hier alles nicht verstehen, weil dazu müsstet ihr quasi sehr viele Videos meines Kanals kennen. Also zumindest müsstet ihr Frequenztrennung, vereinfachter Workflow kennen, dann Hautpudern und automatisches Dutch & Burn. Um diese drei Sachen geht es heute, aber nicht inhaltlich, sondern heute geht es um Speicherplatz. Also, weil wenn ich jetzt mal in die andere Datei gehe, dann seht ihr, dass hier diese ganzen Ordner, so wie wir das in den Aktionen aufgezeichnet haben, noch vorhanden sind. Und da sind eine ganze Menge verschachtelte Smart-Objekte drin. Das heißt, in den Smart-Objekten sind dann nochmal einige Ebenen drin und so weiter und so fort. Und wenn wir uns das auf dem Finder mal angucken, ich habe jetzt mal beide Dateien abgespeichert, dann ist die Datei, die ich bearbeitet habe und wo ich alle diese Ebenen reduziert habe im Nachhinein, die ist 557 MB groß. Und wenn ich diese ganzen Ebenen nicht reduziere, dann ist die 2,4 Gigabyte oder fast 2,5 Gigabyte groß. Das heißt, die ist fast fünfmal so groß. Und wenn ihr jetzt viele Fotos bearbeitet und jedes Bild irgendwie um die 2, 3 Gigabyte groß ist, weil ich meine, das sind ja noch wenige Ebenen, mit denen ich hier gearbeitet habe, man kann ja noch mit wesentlich mehr Ebenen arbeiten, dann kriegt ihr irgendwie Dateien, die 3, 4 Gigabyte groß sind und das ist ja auf die Dauer nicht mehr feierlich. Okay, so, deswegen zeige ich euch jetzt heute, wie man die reduziert. Jetzt zeige ich euch erstmal die reduzierten Ebenen. Das heißt, auf der Frequenztrennung sind nur noch die Pixel, die ich tatsächlich bearbeitet habe. Das gleiche gilt für das Hautpudern und das gleiche gilt auch für das automatische Dusch & Burn. Okay, so. Jetzt wollen wir mal mit der Frequenztrennung anfangen. Ich mache jetzt mal hier diese ganzen Ordner, die kann ich jetzt leider nicht alle löschen, weil die sind jetzt vorbereitet. Ja, aber ich kann jetzt nicht diese ganze Arbeit, die ich jetzt in der einen Datei gemacht habe, hier nochmal zeigen. Wenn ihr meinem vereinfachten Workflow folgt, dann ist es so, während der Arbeit mit der Frequenztrennung ist die Detail-Ebene ausgeschaltet und mit dem Mischpinsel arbeitet ihr quasi jetzt hier auf der Retusche-Ebene. Ja, ich mache die mal aus und wieder an und da macht ihr dann halt irgendwelche Farb-, also irgendwelche Rottöne, was weiß ich, irgendwelche Pickel und so weiter, die vermatscht ihr halt da ein bisschen. Zum Schluss macht ihr die Detail-Ebene wieder an. Das ist jetzt ganz wichtig, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. So, jetzt habt ihr quasi hier eure Retusche. Die Detail-Retusche ist noch nicht dabei. Im normalen Workflow würdet ihr jetzt auf der Detail-Ebene arbeiten und dort eine Retusche machen. Das mache ich aber nicht mehr, weil das doof ist, ja, sondern ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich mache jetzt mit einem Befehls-Klick auf meine Retusche-Ebene, ja. So, und jetzt sind hier alle Pixel ausgewählt, die ich tatsächlich bearbeitet habe. Das hat nicht nur den Grund, weil ich Speicherplatz sparen will, sondern das hat auch den Grund, dass in Grenzfällen bei bestimmten Bildern die Frequenztrennung in so äußeren, schummrigen Bereichen manchmal solche Muster erzeugt, ja. Und da ich das nicht jedes Mal überprüfen will, ja, mache ich mir eine Maske. Und deswegen ist hier oben an dem Ordner eine nicht scharf geschaltete Maske immer dran in der Aktion, ja. Und diese Pixel, die werde ich jetzt hier in der Maske eintragen. Da ich aber ein paranoider Charakter bin und ich möchte, dass hier in irgendwelchen Grenzbereichen meiner Auswahl eventuell was wegfällt, das weiß man bei Photoshop nämlich nie genau, werde ich diese Auswahl nochmal erweitern, ja. Und das wäre jetzt schon der erste Punkt, wo ihr für euch vielleicht dann auch einen Kurzbefehl für machen solltet, weil wenn man das oft macht, ist das nämlich ziemlich nervig, in dieses Untermenü hier zu gehen. Also Auswahl, Auswahl verändern und erweitern. Und ich erweitere das jetzt einfach um 20 Pixel. Und jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass nur noch bearbeitete Pixel oder alle bearbeiteten Pixel innerhalb dieser Auswahl sind. Jetzt gehe ich auf meine nicht scharf geschaltete Maske, die ist jetzt scharf geschaltet, dadurch, dass ich da einmal draufklicke und fülle jetzt diese Auswahl als weiße Pixel hier in die Maske ein und hebe dann die Auswahl auf. So, jetzt habt ihr eine Maske, in der tatsächlich nur noch die Pixel freigelegt sind, die ich auch bearbeitet habe. Im nächsten Schritt macht ihr einen Rechtsklick oder mit einem Kurzbefehl natürlich, wenn ihr das öfter macht, macht euch unbedingt einen Kurzbefehl dafür, macht ihr hier einen Rechtsklick und sagt in Smartobjekt konvertieren. Jetzt wird quasi mein kompletter Frequenztrennungsordner in ein Smartobjekt verwandelt und im nächsten Schritt werde ich diese Smartobjekte rastern. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich eine Pixelebene erhalten mit Transparenzen. Das heißt, hier sind nur noch tatsächlich die Pixel drin, die ich bearbeitet habe. Und auf dieser Ebene gehe ich jetzt mit meinem Bereichsreparaturpinsel und werde hier irgendwie weitere Detailretuschen machen, ohne dass ich jetzt auf der grauen Detailebene arbeiten muss, mit allen Nachteilen, die das beinhaltet. Wenn ihr wissen wollt, was das für Nachteile sind und warum ich das so mache wie hier, dann müsst ihr euch mein Video angucken über Frequenztrennung vereinfachter Workflow. Okay, das wäre jetzt die erste Reduktion von Pixel. Das heißt, ich habe hier nur noch wenige Pixel, die nur noch ganz wenig Speicherplatz brauchen. Jetzt gehen wir mal zum Hautpudern. Ja, ich habe jetzt hier meine ganzen Parameter in den Filtern eingestellt, habe hier auf der Maske gearbeitet und mein Hautpudern ist fertig. Jetzt könnte man natürlich denken, dass man jetzt hier einfach auch wieder ein Smart-Objekt draus macht. Wieso finde ich den nie in diesem Befehl? Und dann werdet ihr mal sehen, dass da was Komisches passiert. In dem Hautpudern selber, ich mache das mal rückgängig, in dem Hautpudern selber haben diese verschiedenen Ebenen hier bestimmte Ebenenmodi, zum Beispiel weiches Licht oder strahlendes Licht. Und diese Ebenenmodis beziehen sich natürlich immer auf eine Ebene, die da drunter ist. Das sind nämlich diese beiden hier, Frequenztrennung und hier meine Hauptebene, also mein Bild. Und wenn ich das in ein Smart-Objekt zusammenfasse, dann wirken diese Ebenenmodi nicht mehr, weil hier das Original fehlt. Das heißt, ich müsste jetzt das Original hier in diesen Ordner nochmal reinkopieren und dann in Smart-Objekt das machen. Das ist aber viel zu kompliziert. Und deswegen mache ich hier einfach einen anderen Weg. Das heißt, ich markiere hier den Ordner und stelle sicher, dass alle anderen Ebenen da drüber ausgeschaltet sind. Dann mache ich mit Befehl Alt-Shift und E fasse ich diese Ebenen zusammen. Dann kopiere ich mir hier diese Maske da drüber. Und dann mache ich einen Rechtsklick auf die Maske und sage Ebenenmaske anwenden. Danach lösche ich einfach den Hautpudernordner und habe jetzt nur noch die Pixel übrig. Und zwar zu 100 Prozent so, wie sie auch vorher bearbeitet waren. Also ich kann mir da ganz sicher sein, dass das genauso aussieht wie vorher. Das könnt ihr ja mal selber testen. Das zeige ich euch jetzt nicht, wie das geht. Und dasselbe gilt auch für automatisches Dutch & Burn. Auch hier kann ich nicht einfach ein Smart-Objekt draus machen, weil diese Ebene hier auch einen Modus hat, der hier auf mein Originalbild wirkt, aber innerhalb des Smart-Objekts nicht wirken würde. Also mache ich jetzt hier auch wieder mit Befehl Alt-Shift und E fasse ich das zusammen. Aber ich zeige euch jetzt gleich mal was anderes, weil das jetzt händisch zu machen, ist natürlich auch Blödsinn, weil man das ja immer und immer wieder macht. Also habe ich hierfür auch Aktionen aufgezeichnet. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Aktion zum Beispiel Automatisches Dutch & Burn. Wo ist das? D und B Auto neu. Lass die ablaufen, bearbeite die und danach klicke ich einfach hier auf meine Aktionen D und B Auto reduzieren. Zack. Und schon habe ich hier eine Ebene, wo nur noch die Pixel drauf sind, die ich auch bei Automatisches Dutch & Burn hatte. Diese Aktionen aufzuzeichnen ist nun echt kein Problem. Also wie gesagt, Ordner markieren, dann zusammenfassen mit Befehl Alt-Shift und E, die Maske rüber kopieren, die Maske anwenden und den alten Ordner löschen. Das sind eigentlich nur vier oder fünf Schritte. Ich kann ja mal zeigen, wie das bei mir aussieht. Das heißt, hier sind meine Hauptaktionen drin in dem Ordner. Und diesem Ordner hier, der hinten mit Red bezeichnet, da sind meine ganzen Reduktionsaktionen drin. Weil mich das verwirrt, wenn die in dem oberen Ordner drin sind, weil das dann einfach zu viel wird. Und die Hälfte hiervon kann ich auch wegschmeißen, weil ich die gar nicht mehr brauche, weil die sich auf Aktionen beziehen, die ich gar nicht mehr verwende. Aber zum Beispiel hier automatisches Dutch & Burn reduzieren, das sind nur ein paar Schritte. Das ist total easy, ja. Okay, also das könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr jetzt auf meinem Kanal schon länger seid und euch mal die Geschichten anguckt über Aktionen, dann könnt ihr das mit links, ja. Und diese Ordner hier, da könnte ich jetzt, um da was zu sparen, da könnte ich jetzt noch die Ebenen löschen, die ich gar nicht verwendet habe. Weil in der Regel brauche ich hier nur die Hellebene, zum Beispiel bei Dutch & Burn mit Farbflächen, ja. Und so weiter und so fort. Und so könntet ihr quasi durch euer ganzes Dokument gehen, wenn das tatsächlich fertig ist und ihr daran nichts mehr ändern wollt und könntet alles löschen, was ihr nicht mehr braucht und spart dann ungefähr fünfmal so viele Pixel oder fünfmal so viel MB, als ihr das normalerweise gebraucht hättet, wenn ihr es nicht reduziert hättet, ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und übt schön. Euer Armin Staudt.